So, ihr Lieber, David, okay, ähm, Missionen, auf das Leben, das leere Nest, reisen nach Aquila City, oh, ich weiß es nicht, ne, gut, ähm, warte mal, Kräfte, Level 9, ne, ich wollte nicht, dass da, ich, oh, nein, kannst du mich bitte, Ah, ich habe noch vier Skill-Punkte, Ballistic, was? Ähm, 100 langen Konflikte haben gezeigt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Das habe ich sowieso, Nahkampf brauche ich nicht, ein Schrotflinte gefällt mir zwar, aber egal. Ich kann hier gar nichts ausgeben, oder was? Also, Sozialhandel, ah, ah, ja, du kaufst um 10% Blicke ein und du kaufst 15% teurer. Wird irgendwann witzig sein, das machen wir auf jeden Fall mal. Ah, ich muss, ich verstehe, gut. Kann ich? Ah, ich verstehe. Idee. Idee. Wenn du es suchst, wenn du bestätigst, dass du dich Kredits findest. Kredits sind, glaube ich, wichtig, aber lassen wir das erst mal. Küsig, Boxen, Fitness. Das ist noch nicht so wichtig. Schleichen, ich mag nicht schleichen. Äh, Parakapazität. Müssen wir, glaube ich, machen, ne? War schwierig. Mhm. Ja, das wäre auch wichtig, aber... Forschung, was ist immer hier? Ja, Medizin, Biologie. Bei dem sind die Forschungsprojekten, wenn es hier nur sind, weniger. Mhm. Oh Gott, Hilfe. Mal fliegen. Gut, kann ich noch nicht. Gut, zurück. Ja, du kannst besser... Mhm. Okay. Zielstärkung. Hat das jetzt ganz gut geklappt? Aber ich brauche auch im Moment nicht. Ich glaube, es wird nicht so wild. Das ist nicht so wichtig. Das wird irgendwann sehr wichtig. Das wird auch wichtig. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Es werden ja noch genug Skills. So. Haben wir das. Wir schießen zwar immer noch nicht besser. Und wir haben meistens den Lasers. Alles Quatsch. Egal. So. Mhm. So, und jetzt möchten wir ja noch wissen, wohin. Weisen nach Aquila City. Gut, und gehen wir da hin. Äh, wo ist Aquila City? Nein. Ah. Ah. Äh. Äh. Ah. Nochmal, wo ist wo ist Aquila City? Innengrad Ach da Müssen wir erst mal hin Ja, ja, ja Okay, machen wir doch Ah, verstehe Okay, dann springen wir da hin Was auch immer das bedeutet Ich habe es noch nicht verstanden Aha Was haben wir hier? Oh Hilfe Ich bin noch ein bisschen Das waren wir da schon Gucken wir uns mal an Ja, ich bin noch ein bisschen Ich bin noch ein bisschen Wie auflegen Papa, hast du mal Aurora genommen? Äh Äh, tja Schon lange nicht mehr, Liebes Seit deiner Geburt nicht Ja, habe ich da Das, 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 das Das ist okay Komm Jetzt wiegt ja alles nichts Gut, okay Petizen Macht dann auch nichts aus Und wir gehen einfach mal raus Furchtbar Es war furchtbar Naja Halt dich von dem Zeug fern Glaub mir, Cora Das ist schlimm Hast du Lust zu plaudern? Nein Auf dieser Welt sollte es jede Menge Organisches Material geben Das ist super Oh Warte Sorry Mir ist gerade etwas Eingefallen Hallöchen Ja, ja, Hallöchen, Püppüchen Ja Hallo Ja Ja Mhm Wow Du schläfst wirklich wie ein Stein Hm Oh Gott, ich muss ja wieder reinfinden Das gibt's doch gar nicht So Aha Wo ist es da aus? Im Osten Da Warte mal Oh Wie scannt man? Nein Ähm Sorry Nehmen wir alles mit Aha Dichtmittel super Was ist das wieder Wasser Was ist das wieder? Wasser Ah Wasser Moment Moment Gut Gut Oder irgendwas mitnehmen Ich muss das alles ein bisschen üben Was hat immer das da war Noch mehr Iridium Iridium ist mit Sicherheit nicht verkehrt So Hier Das können wir Scanne in aller Ruhe Wir wollen nichts wertvolles übersehen Nährstoff Nährstoff Super Das ist ja schon ein bisschen Da haben sie schon No Man's Sky Bisschen was genommen Also Rechte Maustaste halten Dann geht's viel schneller Oh Oh was haben wir denn da? Hallo? Ich würde da irgendwas mitnehmen Das mitnehmen Ja Gut Oh Oh Gott Können wir ja nie mitnehmen Ne Nochmal aus Ist das irgendwie So geht das Das haben wir jetzt noch ein paar Mal Müssen aufpassen Oh Super Nein Uhr arm Was dann? Ja Wieso muss ich Wasser ernten? Ja Er schießt Oh Latidum Gut Carbonsäure Wow Jetzt noch mal gucken Nein Was ist das tomorrow Kommt nur her! Er redigt! Wo ist denn jetzt der, den wir gelegt haben? Friedlich, aber wir haben ja noch grad einen, der nicht so friedlich war. Oh. Okay. Wie gesagt, für alle, die es noch nicht wissen. Hallo, darf ich das noch bitte? Das ist... Oh. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Was ist das? Okay, egal. Wahrscheinlich gar nichts. Alles. Oh, das war doch nicht. Äh, das ist mein Raumschiff. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber vielleicht ist das, was ich sollte. Das ist unbekannt. Warum gehen wir zu unbekannt? Vielleicht finden wir ja irgendwas, was uns was bringt. Sind wir hier? Irgendwelche Signale? Wir sehen uns da. Wir sehen uns da. Okay. Wir sehen uns. Pulsier. Was必 Cowboy? Wir sehen uns schon. Tue auch gut ne? Credits nehmen wir. Carbon-Sauber. Ah ok, Schadgas. Komm ich scanne dich. Guck mal was wir da haben. Offensivchen lassen wir den in Ruhe. Da müssen wir nicht immer alles weg machen. Krass. Ist das was wir schon gescannt haben. So, jetzt versuchen wir mal da hoch zu kommen. Irgendwas hier. Da. Oh, da können wir schlafen. Brauchen wir aber nicht. Hm. Dann fahren wir. Auch mehr Wasser brauchen wir auch nicht. Da wird aber noch irgendwo. Irgendwo noch ein anderes, oder? Ja. Hier waren wir. Ist alles. Wie schadig das was wir vor. Nimm's doch. Äh. Äh. Nur diese beiden Dinge? Ja gut. Hier waren wir noch gar nicht. So, diese unbekannte Schrift rücken wir uns gleich nochmal an. Erstmal müssen wir da hoch. Echt schon wieder? Ich weh mit dir. Wo bist du? Komm her. Hallo. Wo? Wir sollten uns da also, hallo. Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben. Wie geht es dir? Nach deinem... Erlebnis im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Interessiert es dich plötzlich, wie ich mich so fühle? Warum es mich interessiert? Hm. Mal überlegen. Ah, ja. Weil es nicht gerade täglich vorkommt, dass man einen mysteriösen Tempel entdeckt und darin irgendeine eigenartige Alien-Energie absorbiert. Mhm.